Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Frank. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Der bringt mich irgendwann im Schlaf noch um. Irgendwer bringt dich garantiert um. Sie brauchen eine Aufgabe. Heute legen wir einen Garten an. Gartenarbeit, nein, danke! Ich bin programmiert, Ihre Gesundheit zu verbessern. Ich sterbe lieber beim Essen von Cheeseburgern, als von gedünstetem Kohl zu leben. Das ist Jake Finn. Er informiert mich über die Pläne für die neue Bücherei. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Zeit, als Büchereien der einzige Weg waren, etwas über die Welt zu erfahren. Jetzt nehmen die genau die Typen, die sowieso nicht mehr kommen, auch noch alles weg. Sie organisieren eine imposante Wohltätigkeitsveranstaltung am Freitag und da tauchen dann lauter versnobbte Pärchen auf. Klingt grauenhaft. Oh ja. Gehen wir zusammen hin? Gern. Cool. Da sind sie! Frank, Sie sind so verstaubt, dass Sie schon wieder Avantgarde sind. Was für eine Kacke reden Sie da bloß. Guck dir nur den Schmuck an. Die Typen sind stinkreich. Weißt du, was stehlen heißt? Ich habe keine Meinung dazu. Ich weiß schon genau, wer das erste Opfer sein wird. Na schön, mal sehen, was du so drauf hast. Laut den Akten wurden Sie wegen Besitzes von Heeler Ware verurteilt. Mein Fachgebiet war Schmuck. Das war deine beste Zeit bis jetzt. Langsam habe ich den Dreh raus. Wir werden schön abräumen. Ich freue mich über Ihren Enthusiasmus. Seit Jahren habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt. Hallo? Frank, ich bin's. Ach, schluss. Was ist denn los da drin? Frank Welk gilt als Verdächtiger bei einem millionenschweren Einbruch oben in der Straße. Was? Ich stecke ein wenig in Schwierigkeiten. Wie könnte es anders sein? Ich muss alle Beweise beseitigen. Mein Speicher kann gegen Sie eingesetzt werden. Rühren Sie ja nicht den Roboter an, Frank! Steig ein! Frank! Frank! Du wirst mir allmählich sympathisch. Danke, Frank. Es ist Zeit für Ihren Einlauf. Ich habe ein sehr bewegtes Leben geführt. Ich brauche ihn. Und kannst du mir verraten, wozu? Er ist mein Freund. Ich habe ein sehr bewegtes Leben geführt.